Moin sind ihr Fuchsrat draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch heute wieder schon wieder zu keinem Spielvideo. Was ist denn da los? Heute gibt es nochmal ein bisschen Statusupdate, wie es bei mir diese Woche aussieht. Ich bin ab dem heute, also ab dem 25.11. bis einschließlich Freitag, den 27.11. bin ich auf Messe in Würzburg und somit komme ich mal wieder nicht zum Aufnehmen. Das bedeutet, es wird wieder etwas ruhiger. Ich habe noch eine Folge Witcher für euch, dann habe ich noch drei Folgen Eurotruck Simulator und eine Folge Soma. Damit werden wir die Zeit schon überbrückt kriegen, also es sieht für euch jetzt erstmal nicht so aus, als wäre ich nicht da, also es passiert noch was. Nur, wenn ich dann Freitag zurückkomme, ist direkt Samstag, da habe ich nochmal Zeit aufzunehmen, dann ist Samstagabend, haben wir aber eine dicke Geburtstagsparty hier. Das heißt, am nächsten Tag werde ich, nein, Sonntag wird dann wieder flach fallen und danach geht es wieder regulär, ab nächste Woche, Montag geht es erstmal ganz normal wieder weiter. Dann steht jetzt auch erstmal bis auf bald Weihnachtsfeiern und so ein Kram auch nichts Schlimmes an, was irgendwie Aufnahmetätigkeiten verhindern würde. Nur damit ihr erstmal Bescheid wisst, ne. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche, weiterhin viel Spaß beim Zocken und bis dann bald wieder in voller Pracht und Gänze. Euer Blaufuchs. Ja, dann wünsche ich euch erstmal ein paar Tage, bis dann bald wieder in voller Pracht, 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 bis dann bald wieder in voller Pracht. Untertitelung des ZDF, 2020